Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute spielen wir mal eine etwas ältere Modifikation, nämlich mit Blaulicht durch Mandenburg. Der ein oder andere, der sich eventuell schon mal durch die Tiefen der Webdisk gekämpft hat, kennt diese Modifikation. Die ist vom lieben Godra, ich meine aus 2006 oder 2007. Und es geht hier darum, dass hier verschiedene Einsatzfahrten von verschiedenen Hilfsorganisationen simuliert werden. Und auf diesen Einsatzfahrten können unvorhersehbare Dinge passieren und ihr müsst euch an ein paar Regeln halten, damit ihr diese Missionen immer erfolgreich abschließen könnt. Wir wurden jetzt also mit dem Rettungsdienst zu einer Schlägerei alarmiert und machen uns jetzt mal auf den Weg. Wir wurden jetzt auch mit dem Rettungsdienst zu einer Schlägerei alarmiert und machen uns jetzt mal auf dem Rettungsdienst zu einer Schlägerei alarmiert. So, jetzt höre ich hier schon andere Einsatzkräfte. So, das war jetzt zum Beispiel sowas, worauf man reagieren muss. Ihr könnt hier also nicht einfach nur so blind drauf losfahren. Es können auch jederzeit andere Einsatzkräfte, die jetzt auf dem Weg zum selben Einsatz sind, zum Beispiel euren Weg kreuzen. Und da müsst ihr dann immer schnellstmöglich reagieren, damit es da zu keiner Kollision oder Ähnlichem kommt. So, wir haben die Einsatzstelle der Schlägerei erreicht und damit ist diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal was anderes an. Dann fahren wir doch mal mit der Polizei zusammen zu einer Türöffnung in die Schlechtgasse 4 nach Mandenburg. Verdacht der hilflosen Person. Feuerwehr und Rettungsdienste sind bereits auch alarmiert. Und wir rücken jetzt mit unserem Funkstreifenwagen dann einmal nach. Feuerwehr und Rettungsdienste sind bereits auf der Türöffnung in der Türöffnung in der Türöffnung in der Türöffnung in der Türöffnung. Feuerwehr und Rettungsdienste sind bereits auf der Türöffnung in der Türöffnung in der Türöffnung. Feuerwehr und Rettungsdienste sind bereits auf der Türöffnung in 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 der Türöffnung Dann sind wir an der Einsatzstelle angekommen, Rettungsdienst und die Feuerwehr sind bereits vor Ort. Und dann haben wir auch diese Einsatzfahrt erfolgreich gemeistert. Und dann würde ich sagen, schauen wir zum Schluss nochmal beim THW rein. Einsatzstichwort Pumpeinsatz. Stadtgraben 12 in Mandenburg. Schwierigkeiten bei der Anfahrt durch Sturmschäden und Überschwemmungen möglich. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir sind also anscheinend mit der Fachgruppe Pumpen unterwegs. Zu einem unwitterbedingten Einsatz, einer Überschwemmung. Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier kommen wir an einer anderen Einsatzstelle vorbei. So, hier kommen sie sich sucks, quietly. So, hier kommen wir an eine zwischen cannibale, also neben uns auf eine christmaschine. Aber wir beginnen morgen, fertilisten zu finden. So, hier werden wir пишen. So, vor euch hier seien,! So, hier werden wir ein Stack. So, bis uns vor... So, hieroll keys. So, das vor ich uns auf שמ�en. Ah ja, mutig hier schön durch den reißenden Strom zu fahren. Die Straße ist wegen Sturmschäden von der Polizei gesperrt worden. Eine Durchfahrt ist nicht möglich. Sie müssen eine Umleitung fahren. Jawohl, dann machen wir das doch. Untertitelung des ZDF, 2020 So, anscheinend sind wir an der Einsatzstelle angekommen. Oh ja, also Überschwemmung. Und dann haben wir tatsächlich auch diese Mission erfolgreich geschafft. Heute mal ein ganz kleines Video, weil es auch die letzte Mission war, gibt es hier nochmal so einen kleinen Abspann. Wie gesagt, gibt es in der Webdisk. Schaut euch das Ganze mal an. Auch wenn es schon etwas älter ist, eignet sich das super als Zeitvertreib mal so nebenbei. Super an, wenn es zu spielen. Das ist ja halt, probiert es selbst aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bleibt alle gesund und wir sehen uns im nächsten Mal.